Guten Abend und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Naruto Kai Opening und ich bin nicht allein, nur der... Grüßt euch, der Bruno. Der ist wieder am Start, der hat extrem gute Laune heute, fragt nicht warum, es ist einfach so und warum er auch nicht, ne? Ja, wir haben hier die Tier 2 Wave 4 Box offen und offen vor allem, ja genau, hier am Start und ja, wollen hoffen, dass wir hier eine richtig geile Karte ziehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was da drin ist, ich habe mich da schon spoilern lassen vorher, aber es ist wieder vergessen, da der Versand so 2-3 Wochen gedauert hat. Aber da möchte ich nochmal die Rosen wegkorrigieren, wir wollen nicht eine geile Karte, wir wollen viele geile Karte. Richtig, ja ne, natürlich, klar. Und wir machen natürlich auch wieder daraus ein Battle, das heißt, die Helmste kriegt Bruno unter anderem und ich mache die S-Helfe auf. Ja, wir wollen nicht lang schnacken, dafür, dass ich anfange, darf Bruno gleich die Seite entscheiden, also Ausflug meine ich. Ich nehme die, die mir zugehört ist, sozusagen, und nur die links nehme. Normal, perfekt. Dann machen wir das Zierding mal hier auf und ja, hoffen, dass auch innen alles richtig und korrekt ist. Na klar. Na klar, alter. Also auch das feinste China-Material am Start. Aber hey, immerhin besser als diese anderen Boxen, als diese größeren Boxen. Scheiß drauf. Man kann die eigentlich hier so abdingsen, ne? Also, ich hoffe, ihr seht das hier. Perforiert. Genau, perforiert. Und das ist ja auch die meisten Displays, die auch zum Beispiel, die auch so aufgestellt werden. Genau, aber in dem Fall ist es, ja, nicht so einfach, die Winger aufzudrücken. Ähm, ja, wie ihr seht, ein deutlich dickeren Batzen als sonst, da die älteren Zsets ein paar mehr Packs haben. Jetzt haben wir mehr bulk zugesehen, aber dafür auch mehr Spaß. Genau, die kannst du ja gleich nach oben kloppen. Das sind ja die, die ich auch mache. Genau, ich glaube, von der Menge sind die richtig. Zehn mal eine Hälfte, manchmal zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, also 30 Packs. Du wolltest welche Zeit haben? Äh, das hier war an sich die linke. Achso. Normal. Dann tue ich die schon mal hier weg. Und fangen wir mit der ersten Hälfte hier an. Ja, wünscht mir Glück und auch Bruno eventuell später. Und ja. Wenn ihr euch mal die anderen Videos angeguckt habt, bis jetzt hatte ich immer die bessere Seite. Ja, das stimmt leider. Wir hoffen natürlich jetzt auch mal, dass es Rosenberg... Ja, das ist ja nett von dir. Vielen Dank. Natürlich. Wir haben auch ein bisschen mehr Glück gehabt. Aber im Moment, in dem Fall, das sind seine Karten. Ja. Auch wenn ich was Gutes ziehe, ist es halt für mich ein Win. Nur halt, dass ich sie ziehe. Ja, das ist auch mal geil, wenn man sie selber zieht, ne? Das ist mal rein in die Wunde. Ja, passt schon. Ich überlebe es schon. So, die erste Karte, uns begrüßt, ist Karin. Karin Benzema. Ähm, Sasuke. Benzema? Nee, Karin heißt es, aber ich habe jetzt Karin Benzema als Sportspiel gemacht. Ist egal. Weißt du, kennst du Karin Benzema? Fußballspieler? Franzose? Also, ich kenne das nur aus diesem Eindruck von Capital. Achso, okay. Von den Hetzelpern. Guck mal, das kenne ich nicht zum Beispiel. Deswegen musste ich gerade lachen. Ah, verstehe. Ja, das hat er dann mit Kapital von FIFA. Ja, klar. Das ist die erste SSA, die uns begrüßt. Konan. Richtig schick. Und nochmal Sosuke. Sosuke! Grüße an Dennis BiH, der immer fleißig in die Kommentare schreibt. Ich werde jetzt aber immer einführen, Sasuke und Naruto so auszusprechen. Ich versuch's. Äh, ja. Ach, du willst ja ein, Steven. Ich nehme mir nicht meinen Job weg. Entschuldigung. Äh, gut. Du bist gleich da, wenn ich den. Ja, ja. So, Pack Nummer 2. Ich muss nochmal kurz in die Kamera gucken, ob ich das auch richtig halte hier. Ich glaube, ich werde einfach noch stehen hier. Äh, Sakura? Naruto Queen? Naruto! Gamma Bunta war das, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Eine Krüte. Und Sosuke Kin, der sexy Boy. Nein, alles gut, das ist Brück. So. Alle guten Dinge sind drei. Für eine HR bin ich dabei. Ah, ja. Naja, das ist aber noch ein Bild, die Müll. Genau, wir haben hier genug Platz. Haben jetzt einen anderen Tisch benutzt hier. Ähm, genau. Das ist dann... Keine Ahnung, wie die gerade heißt. Hab ich gerade vergessen. Äh, Oshimaros Reagenz-Gelassene-Geburt. Ähm, Maidogai. Jetzt habe ich meine SP gezogen. Yeah, es geht. Geil. Hier die erste SP, die haben uns begrüßt. Und das ist einer der geileren tatsächlich. Die gibt es, glaube ich, einmal Gara und einmal Kimimaro. Das ist der Boy. Und ich wollte überlegen die haben. Jetzt habe ich sie. Du. Sieht gut für mich aus, ne? Der weiß. Ich ziehe auch mal. Ja, ich hoffe doch. Das wäre jetzt vielleicht eine Gara. Das wäre ganz gut. Dann habe ich immer noch gewonnen. Aus meiner Sicht. Das könnt ihr natürlich entscheiden, ne? Welche jetzt ein geiler ist. Ja, klar. Falls du sie siehst. Vielleicht ziehe ich sie jetzt auch gleich. Also die hitze ich mal hier vorne. Dass ihr sie auch betrachten könnt. Nee, das Ringlicht ist gerade zu hell. Mann. Komm, egal. Ich sehe das schon. Ihr wisst ja, was da liegt. Also alles gut. Die kann man eigentlich ein bisschen hier hinschieben. Füßbild, Füßauge. Sakura. Choji in Jung. Konohamaru. Und die SR ist Iruka Sansei. Mitgefolgt. Ich muss mal kurz gucken. Das ist Boruto. Das sieht man immer hier. Deswegen orientiere ich mich immer daran. Das sieht immer aus wie Shukamaru. Ist aber sein Sohn. Das sieht dann mal so. Der 1 zu 1 aus DDR. Also. Mal vertauscht. Vertauschgefahr. Du musst dir sich keine Sorgen machen, dass das Kind nicht von Ihnen ist. Was für ein Groten? Doch. Was ist der Kind? Ja, ich meine. Du musst dir sich keine Sorgen machen, dass das Kind nicht von Ihnen ist. Ach so. Er selber. Ja, ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Du. Das wäre ja fatal, wenn du das vertauscht würdest. Äh. Okay. Scheiße. Ja. Yugu. Ja, weißt du. Wenn einmal der Junk nicht durchgeht, dann ist es vorbei. Ich weiß. Das war gerade der Moment. Äh, ja. Kakashi. Iruka-Sensei. Und die erste ZR, die uns begrüßt, und die habe ich auch noch nicht, meine ich. Schönen rosa. So wie O-Saft. Ähm. Tenten. Das will ich sein, der muss keine. Das will ich aber auch nicht länger darauf eingehen, weil es ist ein bisschen, ja. Ein bisschen super privat. Vitaminreich. Es ist sehr vitaminreich, genau. Grüße an PK, falls du das siehst. Weißt du, wer PK ist, ne? Ja, scheißegal. Nein, ich grüße ja auch, Mann. Du meinst ein Energy Booster. Ja, klar. Ja, klar. Hast du ihn schon ausgesoffen? Nein, ich droge einen Taschenkopf, Mann. Ach so. Und den Brocken. Okay. Soski-Kün. Yamato-san. Ey, guck mal, wer ich mich gezogen habe. Higgy. Grüße an MK-Nation. I still love your videos. Keep going, Bro. Und ja. Higgy. Bro, Bro. Oh, Mann. Es tut mir leid. Es ist ein bisschen zufrieden. Kakashi und Soski. Schön. So. Oh, Mann, da läuft auch noch ein Sonnen, denke ich. Gott. Ist das gerade so die... Ich habe da ein bisschen direkt drüber. Ich wusste jetzt nicht... Aber wenn da jetzt die Probe hier rumfliegt, oder? Ja, das ist es. Ja, das finde ich gut, vorbildlich. Ja, natürlich. So bin ich. Hinata. Hinata. Narute. Kankuro. Und eine UR. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese habe. Ich glaube nicht. Es gibt mehrere von Kiba. Krisch-Banane. Genau. Diese. Diese. Grünen? Auch hier irgendwo. Ja. Da sind jemand die Beine von der Dark-Magician-Braut. Machen wir mal weiter, du. Ja. Oh, geil, ich bin so froh wegen Kimimaru. SP. Das ist so eine schöne Karte. Die ist natürlich auch. Dann haben wir die Rotznase. Die ist auch gerade Dings. Brunner. Choji. Chojay. Spinntyp. Spiss. Und ja, keine Ahnung, wie der heißt, Mann. Und wie heißt die nochmal? Ich habe vor kurzem noch gewusst. Guren. Jetzt habe ich es. Guck mal. Guren. Ja, das ist gut, Mann. Guren und... Der Frosch. Der andere Frosch. Zeig mal, dass das nächste Pack gut wird. Ja, stimmt. Habe ja nicht das letzte Mal auch gehabt. Ja, da hatte ich den Impact drüber. Ich habe sogar noch prädiktet, dass ich glaube, die auch die SP sind. Das kann sein, ja. Ja. Sogar das Mädel, ne? So, ähm... Hier, wie heißen die? Lady Tsunade war das. Mit der Tätowierung im Gesicht. Ähm... Irgend so ein Konoha Ninja. Sakura, die gerade von Sosuke-Kin schwärend. Die Rivalin. Ähm... Karin, aka Karin Benzema. Oh, eine SSR. Die habe ich, glaube ich, zwar schon, aber das ist immer noch eine schöne. Der Boyfriend von Lady Tsunade. Im Toten-Modus. Weiß, ja, ne? Ja, ne, 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 Entschuldigung. Ich muss ja hinlegen. So, hier. Jetzt kannst du es nicht... Ja, wir haben jetzt ein kleines System aufgebaut, dass wir auch die richtigen Karten richtig einhören, quasi. Funktioniert noch nicht richtig, aber ein bisschen. Ja, das heißt erst mal, dass wir das jetzt so auch missig geplant haben, ne? Aber eigentlich... Bei den Rivalin geht es immer noch nicht, weil ich bin einfach so doof dafür. Ja, ist alles eine Frage der Zeit. Ich meine, wir haben hier noch ein paar Packs hier, ein paar Boxen hier rumstehen. Ja. Das wird schon... Das wird noch besser, so. Der Frosch. Der Frosch, äh... Ja, Dingens, äh... Schwanger. Schwanger. Und Naruto. Genau, Naruto selber. Guck mal, der ist gerade frisch geworden. Und der... Ey, wir haben das Familienpack, Liga. Ja, die juckt nicht. Ist das dein Vater? Ja, ja. Und der Frosch. Vater, Mutter. Und Frosch. Und Frosch. Ja, ja. Der gehört ja auch zu Naruto, quasi. Na, guck mal. Ein Familienpack. Sick. Geil. Witzig. Ah, ah. Passen wir in der Stange. Ja, ich hab's gemerkt. So. Ich bin auch kurz vorm Ende. Sasuke. Naruto. Ähm... Fugetsu. Und Chojin SR. Nett. Und? Wie das Hakoda? Komm, da wär schon mal Team 7. Ich auch nicht. Alles gut. Der ist auch noch ein Mann, nämlich nicht so geil. Sowohl charakterlich als auch vom Kampf her. Der kann sich dann zwar riesig machen mit seinen Fäusten und so weiter und sich aufblasen wie ein Ballon, aber... Ist das auch noch roughy oder so? Ja, aber nun billig. Deswegen auf Frosch bestellt. Auf Frosch bestellt. So sieht's aus. Äh, Sakura. Sakura. Rock Lee. Rock Lee. Das ist mein Togei. Sakura. Omaiwa, Moishin Deru. So. Drittlettes Back. Okay. Andersrum. Guck mal, so geht's deutlich einfacher. So ein Mist. Innovativ. Sehr. Ähm, Karibetsuma. Sakura. Äh, Sasuke. Uh, und Hinata. Schön. Ey, das ist ja mal eine coole Karte. Sieht man Hinata als Erwachsen im Hintergrund. Und du hast schon mal die richtige Steve ausgesucht. Und Edukastansay. Geil. Schick. Also es ist schon mal viele ZS, die ich noch gar nicht hab. Meine ich zumindest. Hab auch ab und zu viel getradet bei Games Collect. Grüße gehen raus. Und dementsprechend hab ich mal so einen neuen Überblick verloren. So. Dort ist einmal Sasuke Clean. Karin. Die ist da auch ohne Ende drin, ne? Irgendwie schon, ne? Ja, die ist jedes Päckchen fast. Die ist auch so gesehen. Umso seltener. So zieh, äh, Sakura. Und Mitsuki heißt der Kollege. Die Reagenzgasgeburt. Und Last Pack Magic für mich. Bruno ist schon hier ready. Er steht da schon direkt. Ich hoffe doch. Boah, siehst du? Der Frosch. Stimmt. Jetzt muss aber es kommen. Bro, alter. Und das ist sogar der richtig schöne Mann. Wie klar ist sie das. Ich hab's auch gesagt. Bro, GG. Komm mal. Der Frosch ist auch ne Baby. Komm mal, ja. Okay. So, packst du erstmal deine weg? Ja, ja. Zum Ende würde ich nochmal vergleichen, ne? So. 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 Und hier dein, alter Sack, der ist ja nur ein privater Hit. Ja, den tue ich mal einfach hier rauf. So. Ich hoffe, ich ziehe da auch nochmal. Wie ist er nochmal? Hegi? Hegi. Genau. Hegi. Ach, das müsstest du eigentlich. Ja, klar. So, ich hab die erstmal hier besser. So, dann fangen wir nochmal an. Ja, günei denn. Der gute Bruno ist am Start. Und dann machen wir immer wieder ein schönes Bettelchen draus. Und ich krieg's wieder hin, die Dinger scheiß zu öffnen. Aber das kennt man ja von mir. So, wir haben ihn wieder. Haben wir eh schon mal. Sakura, ne? Sehr gut. Nochmal. Jo. Mit kurzem. Ach, geil. Dicke. Und der hätte als nächstes kommen müssen. Dann wäre was Gutes drin gewesen. Ja, stimmt. Das ist meistens. Aber, ja gut. Guck mal. Guck mal. Guck mal, ne? Ja. Alter, mach doch mal auf. Ich mach doch gerade. Du brauchst ne Schere. Geile Pizzaschere, die brauchst du noch voll hin. Ja, aber mit Pizzaschern auch noch. Mit Pizzaschern, natürlich. Schön, dass wir jetzt so Platz haben, ne? Ist geil, ja. Einfach mal hinschmeißen. Richtig. So, Sasuke. Ja. Yitsuki. Finde ich geil von Winterkorn. Ich mag das. Okay. Holz ist immer schön. Wie du krach. Ja. Oh, ne OR gezogen. Okay, das geht schon mal gut los für Bruno. Also wirklich, das ist ne wirklich schöne OR. Also wenn ihr mal sehen würdet, mit was für ein Strahle ich immer hinter der Kamera bin. Alter, ihr würdet euch genau so freuen, glaub ich. Alter, das ist ne richtig schöne OR. Oh, ja. Das ist mit Abstand die schönste Tenten-Karte, die ich nie gesehen habe. Zweites Pack, Leute. Zweites Pack. Stimmt, ne. Das ist dritte Pack. Oder dritte. Eben hast du den Frosch gezogen mit nix? Den anderen Frosch? Oder ne? Nein, das sind doch erst zwei Packs. Ja, das ist das dritte Pack. Das hier ist jetzt das dritte, aber die Wurrungsweilen. Ja, alles gut. So, hier, Schweinchen Dick. Oui, oui. Miss Piggy. Normal. Den hatten wir noch nie. Oh, 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 oh. Ich ahne, ich ahne was nicht. Blind. Blind. Ehrlich? Okay, hä? Der Doppelung? Und ein Ditscher. Ne, Leute. Tut mir leid, ihr mögt es nicht sehen, aber... Warum musst du immer so sein? Alter, guck mal, was für ne gute Qualität das hat. Ich wollte auch noch mal eine Inspektion starten hier. Das ist echt schwer. Warum machst du das nicht in deiner Hälfte? Ihr kommt auf, ihr kriegt jetzt mehr Glück. Ich hatte da so ein Gefühl. Ich glaube, ich kriege jetzt nur Pech und nur Disrespect. Das war ein Ditscher, Mann. Ich fand kein jemand. Ja. Das ist okay. Sasuke. Sasuke. In all black everything. Naruto. Der Blinde. Der Blinde. Oh, ein schöner SSR. Guck dir euch das an. Was ist das eigentlich? Was hat er denn da? Ein Ballon? Ja, das ist zur Übung für seinen Reis in Garn damals. Die Episode kenne ich noch. Oder dieses Arc. Und nochmal, L.O. Splindus. Hä? Ich hab das jetzt... Hä? Das war das gleiche Pack? Das ist das selbe Pack wie eben auch mit Miss Piggy, die zerrissen wurde. Vielleicht ist das ein Zeichen für Glück. Das ist ein Zeichen für... Das wollen die jetzt eigentlich hier... Aber wir sehen alles irgendwie an Zeichen, ne? Ist da ein Ditscher drauf, heißt das Glück fürs nächste Pack? Alles bringt hier Glück. Natürlich. Guck mal hier. Ne? Rosa Wänkchen. Rosa Linda, Alter. Ja. Nochmal ein Blinder. Alter, wo sind da so viele Blinde bei denen? Oh, Kakashi. Kakashi und... Naruto. Ja, gut. Ja. Naruto. Ich glaube, ich verliere heute. Ich hoffe doch. Nicht... Nein, nein, Quatsch. Eigentlich hoffe ich gar nichts, weil... Ja, ich weiß, weil du die Karten an sich bekommst. Richtig. Aber rein vom Gefühl her würdest du schon gerne mal gewinnen. Ja. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch nicht sauer, wenn du drin bist. Ist das nicht die Rotznase? Ne, ne, das ist dein Kollege. Ach du Scheiße. Also gleiches Kaliber. Oh, der dicke Frosch-Sucker. Das muss das heißen. Das muss nichts heißen. Normal. Wofi. Und Sopi. Kiva, Kiva, du. Ja, sorry, das war schlecht, Mann. Das war richtig schlecht. Jetzt tut mir leid. Ja. Mach dir mal Gedanken dazu. Oh, hier ist schön. Wie gesagt, ich mache da echt gute Laune hier. Der Dicke mit seinen Rasigan-Chips. Hier mit den Rahmnudeln. Geil. Die schönste ZR. Okay, das ist schon die schönste ZR. Das ist schon mal Glückwunsch an der Stelle. Für den Pull. Das ist halt echt geile ZR, Mann. Der König. Noch bist du kein König. Das ist ein pinker Lied. Das war ein leulich falsches Lied. Das war ein leulich falsches Lied. Boah, guck mal hier, die Schwangere. Da ist was dickes drin. Da ist ein Nabutsu drin. Da ist nicht nur ein dicker Bauch, sondern auch was dickes drin. Oh, der Gebildete. Haku ist ein Mädchen, das dabei jung ist. Also sieht aus wie ein Mädchen. 200% ist er dabei ein Junge. Bis dann sehen. Bei Shiros Reis in Zauberland ist da einer auch Haku. Oh, das ist ein schöner Mal. Das ist ein geiler Film. Muss ich gucken. Hier kann Ghibli. Ghibli-Beste. Rotznase. Geil. Und Schneider. Oh, eine sehr schöne SSR. Die wird auf jeden Fall gesleeft. Boah, das ist richtig geil. Itachi. Guck mal, der ist anti-blind. Der hat schwarze Augen. Der ist anti-blind. Alles klar, Alter. Was hast du für ein Wasser heute getrunken, jemand? Das will ich gerne auch haben. Also echt. Du mit deinen innovativen Ideen, Alter. Ich kann da nichts tun. Ich finde es gut. Guck mal, das ist... Hier. Guck dich das an. Kennst du diese negativen, da weißt du, diese negativen und positiven Karten? Ja, das ist es. Das ist quasi nur mit der Blintheit. Ja. Die sind noch weniger anscheinend. Guck mal, hier. Schack. Ja, Spaß muss sein. Auf jeden Fall. Nichts gegen die Blinden. Hey, die gucken unsere Videos eh nicht. Können ja eh nicht. Ja. Okay. S, 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 G. Ja, und das ist, ähm... Ja, irgendwer. Ich vergesse aber den Namen von ihr. Fällt mir gleich ein. Tamari, guck mal. Tamari. Wann guckst du... Mach doch einfach auf! Ich hab noch keine schwarze Augen gesehen. Ach so, oh Mann. Ich hab keine schwarze Augen gesehen. Oh, Hint des Tages. Higgi. Brr. Geil. Guck mal, so verführerisch. Ja, so Leonardo DiCaprio-Likes. Guck mal. Oh, und die Kröte. Das heißt, luck fürs nächste Pack. Luck fürs nächste Pack. Das ist schon eine Bosskröte, ne? Ja. Ja. Ein dinges Ding. Der Team ist auch stark. Ist ja auch so viel. Ja. Der sei doch auf Pott oder so. Kagebuchi no jutsu. Machen wir ein bisschen höher. Ja, so ist es gut. Ja, ja. Das war's Kiegel. Mal der Baumchiller. Guck mal. Der Kiegel. Und das war doch nichts mit der Kröte. Mit dem Kröte-Gluck. Aber sie lächelt ganz glücklich. Ja, das ist so schön. Irgendwas hat sie gerade geschafft. Ja. Und ihr Rotz-Bengel. Hast du drei Packs noch? Sieht schon gut besser für mich aus. Sieht definitiv besser aus. Also deine Seite war königlich. Ja. Das freut mich. Aber das hier fühlt sich dick an gerade. Das ist schwerer, ne? Ja, das ist schwerer. Na doch. Hundi. Wow, wow. Hast du dir ganz angeguckt, bevor du die Karte gezogen hast? Bro, weil der Hund da war und weil ich da vorne noch gesagt habe. Wie ist man, wenn ich prädicte, ist es auch meistens bei den Naruto. Scheiße. Guckt euch das an. Guck mal unten. Das ist der Hund Rock League sogar. Ja, ich wollte gerade sagen, der sieht richtig fertig aus. Das ist eine geile. Das ist wirklich einer der besseren Rock League-Karten, die man ziehen kann. Oh, wie geil. Wie geil. Wie geil. Das ist doch gar nicht, Alter. Kommt unter Gaara. Die haben es schon mal gekämpft. Man sieht es durch das Licht schlecht. Hier ist es besser. Also wenn ich jetzt nochmal eine SR ziehen sollte, habe ich gewonnen. SP meinst du, ja. Ja, Mann. Oder was Höheres, der MR. Ja, den nehme ich auch gerne mit. Oder eine SR. Die gibt es nur 1.000 Mal oder so. Also sind sehr stark limitiert. Die haben wir noch nie gesehen hier. Wird mal Zeit. Die werden wir heute sehen. In dem letzten, nee, vorletzten Pack. Nach dem Hochmut kommt der Fall. Ja. Wow, hier. Die Beezu-Sensei, der schlechteste Sensei überhaupt in Naruto. Der sieht doch kacke aus. Der ist auch kacke. Sieht aus wie hier von Matrix. Mr. Anderson. Ja, war frisch bestellt, aber. Hallo Mr. Anderson. Letzte Chance für Bruno, um das Battle zu gewinnen. Wir wollen es hoffen, mehr oder weniger. Alle wollen es hoffen. Wir nennen es für mich die Challenge, um das nächste Mal zu gewinnen. Haben wir schon eine Rolle zugesagt. Ja, kacke weiter. Oh, Seku da. Und. Der Dicke. Inset ist eine witzige, also ist eine gute Karte an sich. Es hat einen Hit. Aber gerade der ist am Ende zu sehen. Am besten finde ich immer nur. Die zwei sind echt geil, ne? Ja, wir machen mal hier nochmal ein kleines Recap. Auch Gaara finde ich cool. Ja, Gaara sowieso. Ich finde die auch von den Farben her, das passt halt richtig gut zusammen. Weil es so ein Sandtyp ist, ne? Ja, so Kupfer und Gold. So mäßig. Ja. Finde ich auch geil. Ich habe auf jeden Fall nicht gewonnen. Ja, wir machen was im Recap. Also hier. Aber ich bin trotzdem so glücklich wie die Kröte hier. Soll ich mal kurz hier mal ran? Ja, ich denke schon. Also meine Ausbeute waren folgende Karten. Einmal die SSR. Dann die SSR. Dann Kiba. UR wohlgemerkt. ZR. Ten-ten. Temari. ZR. Hinata ZR. Also alle Weiber. Und viele ZRs drin, ne? Das sind viele, ja. Das ist tatsächlich so wie URs quasi. Kann man schon zählen. Und die schönste SP. Und da bin ich sehr froh drüber. Kimimaru. Und das ist Bonusausbeute. Aber auch schick. Also SSR hast du schon mal die coolste SSR gezogen hier. Itachi. Der Anti-Blinde. Der Anti-Blinde, genau. Dann Naruto-Kün. Der Volli-Boll-Profi. Richtig. Dann Choji, der Fresssack. Diggi. Dann Mr. Sand. Mr. Sandmann von Spider-Man. Drunken Boy. Drunken Lee, Alter. Und Ten-Ten in Chakuzel. Also wirklich wundervolle Karte. Und nicht im Ben-Ten-Grün. Aber leider nicht im Ben-Ten-Grün. Und jeweils hat einer, und das finde ich ganz cool, in Hegi gezogen. Guti, das war es von unserer Seite aus. Danke fürs Zuschauen. Like, Kommentar. Und bitte auch abonnieren. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns so ein bisschen damit supportet. Auf jeden Fall. Ja, wir hoffen, euch hat es, wie gesagt, gefallen, dass ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Auf jeden Fall. Wenn ihr noch ein paar andere Videos könnt ihr mal auf dem Kanal abschicken, was euch da so gefällt. Yu-Gi-Oh! Aber auch natürlich Naruto, wie ihr hier seht. Ja, alles so ein bisschen von ein bisschen was vertreten von den beiden Sachen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiter einschaltet. Reingang und Wiederschauen. Tschüssi. Tschüssi.